hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge live in the woods wollte ich sagen mensch habe ich nur völlig verkackt aber naja hallöchen uhr na wie geht's dir ja hier ist noch alles am aufbauen ja ich will eine kleine sache erst mal machen erst mal das vorbeklick der weg machen keine ahnung was das übrigens für eine funktion ist erst mal und safari-netz wiederverwendbar ist wo enderperlen okay die kann ich nicht machen so leder und bitte sei gelb sei gelb ja es ihnen ja 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 okay ich kann genau 24 ja 24 äh äh 64! Mann! Ich kann genau 64 Stück davon machen. Das, was hier drin übrigens ist, werde ich mal hier reinpacken. Das nicht. Zack, 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 zack. Zack. So. Dann ist nämlich das leer. Okay. Dinah? 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 Das war das, was hier drin? Okay. Ich werde nämlich eine richtige Safari-Kiste machen. Äh, Kiste sag ich schon. Safari-Tasche machen. Wo ich dann aber auch die Sachen, also die Sachen hier, dann auch mitnehmen in die, äh, in der Tasche. Damit wir unterwegs, äh, weitere machen können. So, das da hin, das da hin, das da hin, das da hin, das, das und das. Mann! So, mach ich mal so. 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 Ding. So, das packe ich da rein, das packe ich da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. So. Und ich werde jetzt doch zwei davon mitnehmen. So. Dann lernen wir mal diese Kiste Dings hier. Zack, zack, zack. So. Hey. So. Die hier habe ich ja noch gar nicht fertig. Fällt mir gerade eine. Und es ist gerade Nacht. Das würde ich mal kurz ausnutzen. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Boger. Wow. Ow. 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 Wow! Wow! Es ist mal gut hier! Fuck! Nein! Ich bin die ganze Zeit abgelenkt, weil da drin ja ein verkacktes Drecks Teil ist. Oh! Fuck! 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 Ich dachte das wäre ein Hut! Fuck! 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 Ich kriege mir meinen Block zurück! Fuck! 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 Boah, dieser blöde Ogre hat mich echt so... ...völlig durch den Wind gebracht. Wow, der war gut. Hm. Hm. Hm? Hm? Hm. 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 Was waren da eigentlich? Ah ja, die Spitzhacke. Jo. Mal kurz gucken, was für ein Level ich überhaupt brauche. Effizienz, zwölf, ich brauche mindestens zwölf, okay. Aber Haltbarkeit und Glück ist drauf, also das ist eigentlich das Wichtigste. Wir können im Prinzip jetzt los. Das ist leer, das ist voll. Und das ist toll. Hilfe? Ah. So. So. Dann würde ich sagen, wir gehen in welche Richtung? Eigentlich nach da, ne? Ja, gehen wir mal nach da. Also schräg nach unten. Und suchen uns da eine Höhle. Höhle und Tiere. Das ist jetzt, äh... Unser Ziel. Unser Ziel ist erstmal, dass... Äh, äh, äh... Äh, äh... 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 So. Malabohnen packe ich mal zu sonstiges Zeugs. Erstmal. Redstone. Hallo? Lappes. Goldnugget. Bärenstein. So. Die Büsche packe ich mal da an. Das Salz packe ich mal hier an. Und die Ohren. Die Ohre kann ich an. Ja, kann ich hier reinpacken. Jetzt sind wir endlich bereit, durch diesen Tunnel zu gehen. Es ist Zeit. Zeit aufzubrechen. Zu einem neuen Abenteuer. Ich werde übrigens erstmal keine neue Mod mehr installieren. Weil, wenn ich nämlich wieder eine neue Mod installiere, dann muss ich wieder noch weiter weg reisen, um neue Rohstoffe und so weiter zu finden. Deswegen will ich versuchen, äh, nicht so viele neue Mods zu installieren. Mod. Mod. Mod, 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 mod. Mod, mod. Mod. Moddie chemotherapy. Mat. Mat, Mat, Mat. Mat, Mat, Mat. Das war's für heute. Oh, kalt! Oh, ein Schneefuchs! Den will ich haben! Oh, kalt! Oh! Oh, kalt! 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 Was war das? Gute Nacht! Gute Morgen! Gute Nacht! 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 An den 8! Wir haben noch einen weiten Weg vor uns! Ah man... Hm. Woher? Auf nach da. Weil da einfach da ist, weil, wäre da nicht da, wäre es, äh, ja, da auf jeden Fall nicht da, sondern da, was ist eigentlich da, eine fette, fette Ruine ist hier unten. Oh, das ist heute nicht meins hier. Da hin. Gut. Können wir auch zwei mitnehmen? Ach, ich hab vergessen. Äh. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist denn jetzt das scheiß Boot? Hier ist es. Da ist das Boot. Hier haben wir die. Jetzt ist es da. Hä? Ne, jetzt ist es da. Gott, ey. Oh. Oh. Ach so. Bass. Boah. Alter. Was bist du denn? Python. Alter. Aluminium. Aluminium. Sechs Pythoneier. Geil. Und Tiere könnte ich mich auch mal, also Tiere sammeln. Also nicht sammeln, sondern Nutztiere sammeln. Aber mal klatschen und aufsammeln. Das meine ich. Was ist denn hier los? Meine Güte. Hup. Eins ist klar. Ich werde richtig viele Eier sammeln, wollte ich sagen. Wir müssen da so hin. Übrigens auch mal auf so Kohle achten, ja genau, so auf Kohle achten. Es sieht halt so aus wie Kohle. Kohle im Sand. Ist natürlich keine Kohle, aber sieht halt so aus. Alter. Überall nur Gezische. Ja, ne. Ist klar. Schlange Eier packe ich einfach da rein. gonna. Ey, der farmlich. Hallo. Die Musik ist anstrengend. Oh, wir sind übrigens bei 36 Minuten. Ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.